Ich spiele mal wieder wie der letzte Vollidiot, aber egal. Boom, boom, boom. Ganz, ganz, ganz. Mit Kit. Genau, was wir brauchen. Noch eins. Jawohl. Und jetzt, jetzt, Moment. Also von da sind wir kommen. Also da lang. Weee. Und? Was war das? Ich wollte mir Angst machen, habe ich das Gefühl. Oh, das ist mies. Ihr seid so mieser Mistkerle. Ich krieg dich. Nein! Hoffentlich, bevor ihr nicht mich kriegst. Oh, Mann. Auf, Fertz. Glaube ich. Na ja, vielleicht ist unten doch gar nicht so schlecht. Was ist da noch? Paket! Die Lieferung, auf die ich so lange war. Und ich komme nicht nahe. Ah, Moment, Moment. Äh, hä? Äh. Okay, Schalter suchen. Springen wir mal lieber nicht runter. Jetzt kommen wir vielleicht wieder nur drauf. Ei, ei, ei. Okay, Munition. Oh, ein Abgrund. Fässer. Ich stehe sonst wieder nur noch drin, wenn die Gegner rein schießen. Ach, komm. Ich hasse enge Gänge. Ich hasse sie. Und hinteren geht's weiter? Geht's hinten weiter? Nö. Sieht nicht so aus. Gehen wir lieber weg, bevor wir sterben. Und... Lala, vielleicht geht das jetzt runter? Äh. Unrunderbar. Okay, wir müssen... Da geht's nicht weiter. Also, wo müssen wir dann lang? Erst mal speichern. Ist nie verkehrt. Wie, da geht's jetzt nicht mehr raus. Was ist das für ein Scheiß? Okay, dann bin ich hier oben wohl erst mal eingesperrt. Dann, dann muss ich ja doch irgendwo... Doch irgendwo dahinten weitergehen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also, wir haben eine Fackel. Schalter nach unten. Aufwärts. Wir könnten ja mal da lang gehen. Na, Moment. Da waren wir auch schon. Hä? Was ist denn da unten? Oh. Da ist der Abwärtsgang. Oh, ich bin so schnell. Yeah. Watermove. Oh, Schalter. Flug. Oh, ich kann sogar... Aufwärts. Verdammt, ich komm nicht weiter drauf. Ah, jetzt. Ah, man muss es mehrmals drücken. Okay. Springen, mehrmals drücken. Komm mal da jetzt. Wo? Wo ist er jetzt lang? Wo, wo, wo? Ich glaube... Ich glaube... Spontan, ich bin hier... Richtig. Ja, ich sehe einen Gegner. Mann, hat er gestehen. Also, hier ist immer richtig. Theoretisch. Ich wusste es. Es war so offensichtlich. Ich muss blind sein, um das nicht zu sehen. Oder du nicht kennen. Ja, noch einer. Und er hat noch den Roter. Ja, in Rot. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Ich mag dich trotzdem nicht. Äh, büm, büm, büm. Shotgun haben wir schon. Äh, büm, büm, büm. Düm, düm. Ey, also... Ah, jetzt kommen wir da drauf. Boah. Ist halt alles so hässlich, wisst ihr das? Ah. Mensch, Mensch, Mensch. Ah, also, was haben wir da? Was haben wir da? Munition. Stimpack. Okay, Midkit wäre mir Liebe, aber... Man kann nicht alles haben. Sind wir mit dem zufrieden, das wir haben. Und... Gefällt mir nicht, was ich da unten gesehen habe. Ah, Skulky. Yeah. Boah, der Anzug ist schon immer da. Wahrscheinlich. Ja. Oh, so weilig ist... Ach, du. Ah, komm. Ah, wo kommst du denn jetzt her? Geh weg! Komm jetzt nicht mehr rein, was? Ah, da geht die Tür wieder auf. Will ich da noch mal rauf? Ne, ich glaub nicht. Das ist es mir dann doch nicht wert. Ich sterbe nur unterwegs wieder und... Ich kenne mich doch. Alles klar, speichern. Ist immer gut, ist immer gut. Wer da wieder Probleme hat, naja. Der soll sich mal in Let's Play Store anschauen. Und... Oh nein. Nein. Habe schon erwähnt, wie sehr ich diese Viecher hasse. Und es lebt noch. Und es ist tot. Nein, es ist tot. Nein, nein, es ist nicht tot. Das ist das Problem. Es lebt noch. Ich bin tot. So, ein Mist. Was ist das denn? Wie geht's? Voll der Dreck. Also noch mal. Obwohl ich diese Viecher hasse. Ich hasse sie so sehr. Jetzt hast du es gesehen, was passiert, wenn man sie mit mir anlegt und... Helf. Auf jeden Fall, helf. Und... Warst du schon? Schalt das wieder aus, egal. So, was noch? Was noch? Rüstung haben wir jetzt keine mehr. Also sterben wir wieder in der Lava. Nein. Ist ja keine Lava. Ist Blut, oder? Ich nehme mal an, dass es Blut ist. Auf jeden Fall. Okay, alle drei Schalte sind an. Sollte die Tür jetzt nicht aufgehen? Äh... Ah ja, richtig, richtig. Ich glaube... Ich weiß, wo sie jetzt offen ist. Ja. Und... Ja, es ist klappt. Yeah. Puh. Hast du nur 97 Kills? Oh, ich hab sogar das Zielgerick gefunden. Keine Ahnung wo, aber egal. Oh, und, und. Wie lange hab ich gebraucht? Oh. 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 So lang. Boah. Okay. Oh, die verdammten Minen. Klingt so so einladend. Nein, die verlassenen Minen. So ist richtig. Naja, passt das euch bald. Und was seid ihr? Minenarbeiter? Ja. Da hätte ich die Minen auch verlassen. Heißt du, soll ich einen Kollegen? Äh, erst mal schnell speichern.